Hallo, wir haben 13 Uhr 62 und es ist Zeit ein Video zu machen. Ja, von mir kamen so drei Wochen oder vier Wochen oder so kein Video mehr und ich wollte eigentlich heute den Cosby Guide raushauen und Dienstag wollte ich eigentlich einen Vlog hochladen, aber dazu kommt es dann jetzt auch nicht oder kam es auch nicht und ich wollte einfach jetzt so ein Infovideo machen und ich wundere nicht, ich kam mal vom Sportortag, deswegen sehe ich so fertig aus wahrscheinlich und ich bin müde und ich hatte keinen tollen Tag. Also ich wollte jetzt Bescheid sagen und ein bisschen erklären. Ich war vor drei Wochen glaube ich, ja, fünf Tage oder so, nee mehr, krank, stark gekältet und sowas und lag im Bett, aber beim Arzt und sowas, bla bla bla. Der Kack halt, weil dieses komische Erkältungsdinger rumging und das hatte ich auch und jetzt bin ich mitten in der Testwoche, beziehungsweise die fängt am Montag an und ich schreib Montag Latein und davon muss ich jetzt Vokabeln lernen und äh, was war dann noch? Grammatik? Und deswegen ist es momentan ein bisschen knapp und deswegen kann ich immer zum Beispiel jetzt abends am Laptop und so und ich werde aber jetzt den Vlog eben schneiden und dann hochladen direkt. Das ist ja nicht viel, dass wir mit 16.30 Uhr versuchen, bis 17.00 Uhr fertig zu schneiden, schnell und einfach hochladen. Ich wollte einfach nur ein kurzes Infovideo machen, so, damit ihr wisst, ich lebe noch, ich bin nicht gestorben. Und es tut mir leid, dass mir momentan keine Videos kommen, aber nächste Woche sollte es eigentlich weitergehen, weil normalerweise kommen dienstags ja Legends of Trashtalk, deswegen sollte es eigentlich klappen, ähm, weil ich am Montag den Test schreibe. Ich hab, äh, ich schreib Donnerstag dann den nächsten, glaub ich und kann sein, dass ich Dienstag Mathe schreibe, ich weiß noch nicht. Ähm, muss gucken, aber, äh, so halt der schwierigste Test ist am Montag vorbei. Das ist der Vorteil. Und, ja, nachdem ich jetzt den Vlog fertig hab, ähm, also ich kurz die Donnerts auf und mein Kaffee trink ich aus, halbwegs nebenbei. Und dann schneide ich das Ding, was ihr gerade seht. Und dann gehe ich duschen und dann lerne ich bis, ich habe am schlechten Tag, 19 Uhr. Und, ja, ich wollte eigentlich erst aufnehmen, den Kostwerker, dann hab ich gesehen, ich war, also ich hab am Morgen fast nicht verpennt oder so, aber ich war halt ziemlich im Stress, weil mir am Morgen schlecht war. Und deswegen hab ich mein Bett nicht gemacht. Mein ganzes Zimmer ist durcheinander. Nein, nein, ich hab's eigentlich aufgeräumt, aber ich hab's aufgeräumt. Manchmal sogar drei Tage lang durchgängig aufgeräumt, aber, you know. Das war's auch eigentlich, damit ihr Bescheid wisst. Aber morgen, am Freitag, gibt's wieder einen Stream. Vermutlich, wenn ich's schaffe. Wenn nicht, gibt's halt keinen, aber wahrscheinlich. Ich packe euch den Link unten rein in die Videobeschreibung und so, you know. Und dann, ja, ja, okay. Ich würde sagen, das war's, bevor ich jetzt noch mehr vorlaube. Aber, danke fürs Zuhören. Aufs. Auf. 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 Auf.